So, Dave, eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Mega, mega lecker Erdbeereis. Probier mal. Wie soll ich das essen? Hab ich selbst gemacht. Probier mal. So wie Kratzeis einfach, ja. Probier mal, ohne Spaß. Richtig lecker. Das ist eine krank große Spinne. Was ist das bitte für eine Spinne? Mike sagt, das ist eine schwarze Witwe. Ist das eine schwarze Witwe? Nein. Ey. Da, da, ach du.